Hallo, es ist Naruto1986, herzlich willkommen zu Dragon's Dogma, zu Part 27. Letztes Mal wieder bei, wo wir aufgehört haben, und zwar gleich. Entschuldigung für den Cut-Krad, aber das müsste gerade sein. Ging jetzt gerade nicht anders, sorry. Oh Mann. Leute, wisst ihr was, wir gehen anders, ich gehe jetzt anders drum, weil das ist so nervend gerade. Mit dem ganzen Scheiß, wie kriegen wir das hin, habt ihr gesehen? Aber, dass er so ist, dass er ein Feld schlägt, nur weil die Rolle auf die sich nicht aufpassen kann hier. Ernsthaft, Alter, hab ich ja auch gerade keine Lust drauf. Scheiß auf die Goblins, meine Güte, kommt her jetzt. Alle herkommen. Hi Mercedes. Ich will gucken, dass ich die Penale umgehen kann hier. Nein, ich will mich nicht auf dem Blödsinn jetzt gerade. Ich will die Scheiß aufgobbeln, okay? Ich will die Scheiß aufgobbeln, okay? So. Ja, komm. Immer andere Gefahren, dass sie umgehen. Ey, lebt mich doch. Ihr wisst schon, dass das gerade so nervend ist. Weil ich da immer andere Gefahren umgehen darf. Äh, anscheinend müssen wir wahrscheinlich da unten durch. Okay, Leute. Das heißt, wir müssen hier runter, Freunde. So, das wird mir hier jetzt aufspeilen, erstmal. Hm. Man, hier lang laufen, mal gucken, ob ich mir jetzt hin und weg bin. Okay. So, von der kommt. Okay. So, jetzt kommt die Northe. Okay, jetzt kommt die Mitte. Oh, jetzt kommt die Mitte. Komm zurück. Ähm. Ah, also... Hm. So, Freunde, weiter geht. Okay. wieder die kohle so benutzen Deine Verzweiflung ist elusiv. Sink mir aus! Wofür, jetzt kommt er! Was lässt er uns jetzt noch? Ich kann ihn eigentlich noch nicht! Perfekt Leute, habt ihr gut gemacht! Oh Gott! Tschau! Tschau! Oh! Debilität! Genau! So! Jetzt aber hier entlang, weil ich hab jetzt echt keine Lust auf so'n Mist hier, weil ich... Hm. Hm. So. Jetzt hier nochmal schmitten. Klar! Ernsthaft! So, komm her! Wir durften ruhig helfen, danke! So. Hm. 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 Das Mercedes ist perfekt. Hm. 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 Die Spannung! Wie weiß. Wart man halt die Frau raus hier. Die werden ja auch gleich zerrt. Die Lodern hier. Die werden ja auch gleich zerrt. Die sind hier drum und auch schluss drauf. Perfekt. So, Freunde. Jetzt kommt mit. Wir sind schon hier vorhin ganz falsch gegangen. Ich glaube wir hätten hier entlang sollen. Ist das echt ein Nerven-Day. So eine Staube. Ja, die Staube, das ist hier. Ja, das ist gut. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Okay Und los geht's Oh, das weiß ich Oh Gott, der schreckt mich halt so Okay Schau 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 Es gibt einen Park auf der Wasserfläche. Boah, nee. Ernsthaft, gehst du gerade? Mal gucken. Mal gucken, dass wir den Weg hier schon gesehen, dass wir hier an dem Drecksweg schon waren, Alter. Ach, come on, Alter. Ernsthaft? So, gehen wir mal hier kurz raus. Sagen wir, dass wir jetzt den ganzen Scheiß mit hier außen rumgegammelt sind. Für nichts und wieder nichts gerade. Leute, wisst ihr, wo wir hier sind? Wir sind den Scheißweg wieder für nichts und wieder nichts hier außen rumgegammelt. Ernsthaft, Alter. Ich weiß nicht, warum wir so eine Scheiße machen. Freunde, wir müssen alles wieder zurück. Alles komplett zurück. Das ist gerade so nervend, ey. Wisst ihr das? Oh mein Gott, Alter. Leute, wisst ihr was? Wir gehen nach Grandsor und zurück, weil das bringt gerade momentan... Mir... in dem Sinn so gerade gar nichts. Weil... Ja, komm, hör doch auf. Leute, hör doch einfach auf mit so was, bitte. Du kannst mit mir mit. Ja! Oh mein Gott. Ja! 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 Ich weiß nicht, warum wird gerade so ein Blödsinn hier machen. Gut, dann bin ich jetzt hier so ein GBBzirn gelaufen. Also bis zum nächsten Los.